hallo liebe leute und ein herzliches willkommen zurück hier bei unserem kanal ich freue mich dass ihr mit dabei seid bei kochen mit uns und vorab tut eurer frau was gutes holt ihr gerne ein paar rosen die 40 freuen bei mir lässt du schon den kopf hängen man sieht aber ich habe ihr mal blumen mitgebracht so bin ich und jetzt geht es natürlich hier vorwärts eigentlich soll es heute pommes geben die gibt es auch schon die sind da oben drin die müssen aus dem gefrierfach erstmal wieder auftauchen weil es spontan war und ja sollte pommes schnitzel geben und ich habe mir jetzt was anderes überlegt eigentlich habe ich so keine lust weil meine frau will dann wieder was anderes haben und ich dachte mir jetzt einfach wir machen einfach was ich am besten kann oder was mir am besten so schmeckt weil es einfach mal ungewollt unkontrolliert ist spaß also geklopft sind sie schon und daraufhin habe ich mir dann was anderes überlegt nach dem klopfen wir werden jetzt erstmal fix würzen schneiden und dann ja da haben wir es überbacken und da hinten da in das ding da das da nämlich reinballern aber los geht's mit schnippeln also nicht schnippeln ich muss erst mal würzen ja aber wenigstens ein bisschen würzen müssen sie sind zwar so fette ich sehe es nicht durch den schatten das war viel ein bisschen salz mit dem pfeffer nicht sparsam sein so umdrehen ja und hier drüben auf der pfanne doch hatte sei schon auf dem herd habe ich jetzt schon die soße drauf die qualmt schon die will auch mal ins bild du kommst du ich will ja auch mal nein kommst du nicht jetzt halt ruhig da drüben sehr schön das kann schon mal weg das kann weg das kann weg so jetzt ruhig ja mal ganz fritz um kommt dann kann себя auch schon wieder fast aus braucht nämlich nur auf kochen und erst mal ich nach ja jetzt schneide ich nämlich dieses fleisch ein bisschen so eine kleine scheibchen dadurch dass wir morgen nämlich nicht zum kochen kommen braucht brechen überlegt eigentlich für zwei tage und die schnitzel wollte ich ja nicht noch mal so einfach aufwärmen jetzt dachte ich mir kommen für zwei tage morgen wird es ein bisschen stressig weil meine frau hat frei ich habe frei und da habe ich mir so gedacht dass wir zusammen nämlich auf den weihnachtsmarkt fahren und ja so sieht es nämlich aus da ich noch morgen ein bisschen was anderes vorhabe nachmittag also wir gehen schon nachmittag abend auf den weihnachtsmarkt aber vom tag will ich noch mal mit der irgendwo hinfahren mit ihrem cash stuffing wenn es euch nichts sagen sollte ja es hat was mit bargeld zu tun und sowas dies das anders ja da habe ich ja schon eine kleine freude gemacht ich habe damit nicht so viel am hut ich habe damit ich habe ihr da so 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 eine art money street aufgebaut und so halt so ein paar challenge gemacht und ja so dass ich halt freut so und ich hoffe mal ihr habt auch alle weihnachtsgeschenke schon fertig also wir sind soweit durch wir haben heute den ja gute frage weiß ich nicht heute nächste woche donnerstag ist doch 15 da jetzt kann doch zurück rechnen heute ist freitag das kann nämlich schon mal ein bisschen andünsten so die pommes sind auch in sieben minuten fertig wir haben gestern überlegt was man so jetzt noch kochen könnten ich habe mir so gedacht klöße aber rollaten mag meine frau nicht so habe ich halt überlegt was man noch so am fleisch dazu machen können hat braten hat man ja schon mal ja ich weiß gar nicht was gibt es bei euch eigentlich alles so schönes zu weihnachten zu essen also ich weiß bei uns gibt es was ich zum beispiel gar nicht überhaupt nicht esse kartoffelsalat und würstchen ich bin halt so ich esse keine mayonaise ich esse keine saure gurke ja es gibt so vieles was ich nicht aber dann gibt es halt bei uns am ersten weihnachtsfeiertag gibt es was gibt es da da erstmal ja schon zum mittag bei meinen schwächereltern da erstmal dann ich glaube hähnchenbrust kassler da wird dann wirklich aufgetischt aber ich weiß jetzt nicht mehr genau so was schreibt den kommentar was bei euch schönes gibt und würde mich mal interessieren eventuell pick ich mir dann auch so ein bisschen was raus was ich dann gerne probieren würde nach zu kochen und so das sieht schon gut aus das machen wir aus das haben wir nämlich jetzt schon mal da in die pfanne rein der mittel da ist auch viel wasser jetzt mit dabei mein freund wasser will ich nicht ich will kein wasser gut neue kelle es war haufen wasser mit drin ja gut vielleicht tut es aber auch den 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 pommes mit gut die dann mit reinkommen ich lasse das jetzt einfach mal so ein raum stehen ob das schon schmeckt wie gesagt weiß ich nicht noch nie gemacht noch nie getan desto region können wir euch erst im nachgang sagen ob es geschmeckt hat oder ob es nicht geschmeckt hat rest da müssen weg so und da haben wir jetzt ich mache jetzt noch kein blumenkohl dran aber ein blumenkohl und da sind wir doch schon weiß soweit fertig kommen müssen ja genauso wie kartoffeln deswegen haben wir jetzt kommen dass sie rein schütten oder kartoffeln spielt keine rolle ich will heute kommen wir haben deswegen ist es ja auch mischmasch jetzt haben wir nämlich hier noch hat so ein schädchen trockenes zeug nein so schnell abschütteln und rein damit das sind noch voll wo soll es das ich weiß gar nicht ob das die woche geben sollte da habe ich mir ja wieder ihn eingeschenkt junge nämlich schön die soße drüber mal gucken geil sehr schön so schauen wir hier noch 50.000 krümel käse drauf mit hier unterschiedliche weil die ist schon offen und das ist ja von gouda creme mild jetzt haben wir hier noch labaum rein ich habe letzte woche die woche war das schon wollte ich lasagne machen ich weiß aber nicht was schief gegangen es fragt mich ja nicht also das video wird auch nicht hoch kommen weil als das gegessen habe es war so salzig und ich habe kein salz daran gemacht nichts sagt jetzt haben wir das ja was war ein dann als kaiser euch weitererzählen so wir werden das jetzt hier auf diesen auf dieses blech stellen weil es ist auch voll das ding ich habe keinen bock das hat das ding wieder sage ich jetzt mal nasser schon alles schwarz wird da drin so ich schalte mal hier auf 170 dreiviertel stunde jetzt ist es halb da let's fetz feuer frei ihr lieben es ist fertig so ich bin ich noch gut aus es riecht doch ein saulecker diesen kommentar bin ich auf jeden fall gesperrt und ich bin echt gespannt wie das schmeckt also da wie gesagt das selbstgemachte also so dass es ungewollte ist eigentlich immer mit das beste das riecht echt verdammt lecker wir schöpfen jetzt auf und dann ja da packen wir das jetzt mal hier drauf und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüssi macht's gut abonniert uns gerne kommentiert gerne probiert es aus nur würde ich sagen wir sehen uns dann wieder bis dahin tschüssi macht's gut bis dahin tschüssi macht's gut